Wie ist das, vor zehntausenden Leuten zu stehen vor dieser Geräuschkulisse und alle schreien Melcher, Melcher oder den Namen deines Vereins, wie fühlt sich das an? Ist auf jeden Fall cool. Man muss aber dazu sagen, dass man das gar nicht so extrem mitkriegt, zumindest nach einer Zeit. Am Anfang ist es natürlich, wo ich das erste Mal in der zweiten Liga mit war in Nürnberg, das war schon extrem so. Wenn dann die Fans richtig da angefangen haben oder Dynamo Dresden, da erinnere ich mich noch, das war Wahnsinn, 20.000 in so einem Stadion, das war fast voll. Und Dynamo Dresden, die Fans sind bekannt. Ja, es sorgt dafür, dass du einfach ein bisschen die Haarspitzen motiviert bist. Aber du blendest das nach einer Zeit natürlich auch aus. Also du versuchst dann einfach, dein Ding zu machen. Ich meine, spürt es ja physisch, diese Welle von Schall. Es gibt in der Tat Stadien, wo du dieses Gefühl hast. Ich meine, ich habe nie in Dortmund gespielt, aber wir waren ja in der zweiten Liga auch in Köln unterwegs oder haben gegen Borussia Mönchengladbach gespielt und es gibt Fangruppierungen. Ich sage gerade immer wieder, ein Beispiel ist Dynamo Dresden. Also wenn du in Dresden spielst und die fangen richtig an, ein paar Lava zu machen da drin, das löst schon was in dir aus. Also du merkst einfach, was da für eine Welle auf dich zukommt. Und die Mannschaft und Fans da, die werden dann manchmal zu so einer Einheit, dass du da stehst und du hast das Gefühl, du spielst gegen alle 30.000 da in dem Stadion. Rostock war auch so ein Ding. Also Hansa Rostock, das war auch Wahnsinn. Und die haben gefühlt, 90 Minuten sind die durchgehüpft. Da hast du auf dem Platz das Vibrieren gespürt vom Stadion. Da hast du gedacht, das Stadion fällt jeden Moment auseinander, weil das ganze Stadion hat gewackelt. Also wie man so schön sagt, die Bude hat gewackelt. Und wenn dann die Standards in den 16er kommen, du hast schon einen hohen Stresspegel dann. Das muss ich sagen, gerade in der Drittligasaison, wenn wir gegen Rostock und Dresden die beiden Auswärtsspiele, haben wir auch beide verloren. Das ist ein hoher Stresspegel. Weil die Mannschaften, wie gesagt, die werden dann, gefühlt sind die der verlängerte Arm der Tribüne. Also die werden auf einmal immer forscher, immer wilder. Da rollen Angriffswellen auf dich zu. Und du stehst da und denkst dir, wow, was ist denn hier los? Fühlt man sich da irgendwie auch ohnmächtig, auch weil du gerade eben gesagt hast, gegen 30.000 Leute zu spielen? Ja, wenn du dann in Rostock in den Rückstand gerätst oder in Dresden, und das Stadion erreicht nochmal eine ganz andere Dimension an Lautstärke. Also das eine ist, wenn die die anfeuern, das andere ist, wenn die ein Tor schießen. Dann gefühlt kurzzeitig bist du taub auf beiden Ohren, weil das so laut ist. Und dann ist es schon schwer als Mannschaft so die Stimmung hochzuhalten, dagegen anzugehen. Weil die anderen werden immer größer, die pushen sich ohne Ende und du kriegst ein Gegentor, das Stadion explodiert. Du kannst dich ja auch nicht miteinander unterhalten, du kannst dich nicht zum einen gehen und sagen, komm, Kopf hoch, weiter geht's, er hört dich einfach nicht. Also du musstest schon hingehen und ihm ins Ohr schreien. So kannst du nicht zu allen zehn Spielern hinrennen und denen ins Ohr schreien, weiter geht's. Also das sind schon so Momente, wo du auch mal auseinanderbrechen kannst als Mannschaft, weil es dann einfach, weil es dann zu wild wird, weil es dann zu sehr die Post abgeht. Gab es denn mal Momente, wo du gesagt hast, das ist zu viel, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll? Also das dich so wirklich an die Grenze gebracht hat? Das nicht, aber du hast natürlich auch immer Spiele, wo du danach dir denkst, okay, das hat heute schon einen Einfluss gehabt. So die Stimmung, das Ganze, auch wenn es zwar eine andere Dimension ist, als, sag ich mal, wenn Dortmund ausverkauft ist. Aber wir haben in der Regionalliga mal in Offenbach vor siebeneinhalb, tausend oder was, in dem Stadion gespielt und haben 4-0 verloren. Und wir wussten im Nachhinein, dass unter anderem genau das dafür gesorgt hat, dass wir verloren haben, weil wir so nach dem ersten Gegentor, und nach dem zweiten Gegentor war keiner von uns mehr so, ich sag mal, so voll da. Es hat uns fast erdrückt, so diese Stimmung. Und das kann dir in Dresden oder Rostock, das kann dir an einem schlechten Tag passieren, dass die dich dann einfach erdrücken mit dieser ganzen Stimmung. Und dann weißt du schon nach dem Spiel, hey, dann ärgerst du dich, du hast nicht deine Leistung auf den Platz gebracht und denkst dann schon, Mist, das hat schon auch was mit den Rängen zu tun gehabt, dass du einfach, dass du, du warst nicht so klar bei dir. Du hast dich schon beeinflussen lassen von dem, was außenrum passiert ist. Die zweite Liga war bisher die absolute Spitze, die du erreicht hast. Wehnt man sich da in alte Zeiten zurück? Ich bin, was das angeht, mit mir im Rhein. Weil ich glaube, es macht 0,0 Sinn, irgendwelchen Dingen hinterher zu trauern. Der Mensch lebt davon, dass er sich neue Ziele setzt. Und das Scheitern ist elementarer Teil von allem, was wir tun. Gefühlt scheiterst du ja jeden Tag an gewissen Dingen. Also es gibt keinen Tag, glaube ich, wo du alles richtig machst. Das ist so, wenn du das für dich erkennst und sagst, okay, jetzt bin ich wieder an einem anderen Punkt angekommen, jetzt muss ich wieder Anlauf nehmen, kann das aber auch eine coole Sache sein. Also solange du Ziele vor Augen hast, glaube ich, ist das in Ordnung, an denen du arbeitest. Aber du setzt dich hier so sausouverän hin und sagst zu mir, das berührt mich alles keinen Zentimeter. Das muss doch emotional bei dir irgendwie angekommen sein. Nein, es ist doch eins, wenn du das schon mal hattest, dann sorgt das doch einfach für große Lust, da wieder hinzukommen. So, wenn man einmal irgendwo ist, kann man ja nicht, man kann ja nicht das als Selbstverständlichkeit ansehen, dass man jetzt für all seine Zeiten dann irgendwie erfolgreich ist, seinen Titel immer wieder verteidigt, jedes Jahr aufs neue Zweitliga-Spiel. Also ich, nee, das ist für mich, das ist mir fremd. So, ich glaube, es macht unheimlich viel Spaß, einfach einem Ziel hinterher zu jagen und wenn die Bedingungen passen. Deswegen, ich habe das ja eben auch schon mal gesagt, so die Drittliga-Truppe, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was war dir mehr wert, fünf Zweitligaspiele oder die Drittligasaison? Ja, dann war es die Drittligasaison. Also es geht auch ja irgendwie um, du spürst ja, was macht dich glücklich, worauf hast du Bock gehabt? Und man sucht ja solche Momente. Man sucht im Sport, gerade im Mannschaftssport, bist du ja immer auf der Suche nach einer geilen Mannschaft, dass du als Mannschaft was erreichst. Sonst kannst du einen Einzelsport machen. Wenn du nur nach dir selber gucken willst und willst nur auf deinen persönlichen Erfolg hinaus, das ist das ja. So, ich würde dann für mich wieder in die zweite Liga zurück wollen. Ja, natürlich. Aber man muss dann aber auch sich dann mal besinnen und sagen, wenn du immer nur, ich sag mal, enttäuscht bist oder das Gefühl von, ich bin da nicht mehr, in dir trägst, ich glaube nicht, dass das dafür sorgt, dass du wieder was erreichst. Ich glaube, du musst immer wieder neues Feuer entfachen, immer wieder neue Ziele setzen. Und das Ziel kann ja sein, irgendwann wieder in der zweiten Liga anzulangen. Als Spieler wahrscheinlich nicht mehr, ich bin mittlerweile 33 Jahre, aber vielleicht in anderer Funktion. Das muss doch der Antrieb sein, jeden Tag alles rauszufeuern. Ist das eine Lebensphilosophie? Ist das das, was die Leute von Michael Stahl lernen können? Also, dass egal, wie tief man fällt, man die Ziele dann einfach neu ausrichten muss und quasi niemals aufhören darf, Hoffnung zu haben? Ist das so die Essenz dessen, was du machst und repräsentierst? Ja, ich glaube, das brauchen die Leute nicht von mir lernen. Ich habe das einfach, die Menschen, die ich bewundere oder wo ich sage, hey, mit denen kann ich mich identifizieren, das sind alles Leute, die das, finde ich so, die das so nach außen tragen, die das so leben. Das fängt an bei meinen Eltern, die das schon immer so gehandhabt haben und bei den Menschen, mit denen ich mich umgebe, bei denen, die ich im Fernsehen sehe, denen ich nachgeeifert habe. Und ja, es ist doch eine ganz einfache Frage. Es gibt doch immer nur eine Frage, die du dir selber stellen musst. Wie gehe ich mit der Situation, die ich habe, um? Es gibt nur zwei Antworten. Entweder ich entscheide mich immer für den optimistischen Weg, ich mache das Beste draus, oder ich lasse es sein. Und ich glaube, es macht viel Sinn, sich irgendwie für den Weg des Optimismus zu entscheiden. Und wenn beschissene Sachen passieren, dann ist das auch bei mir so, dass ich mir bei meinen Verletzungen, ich denke, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, natürlich sind das harte Rückschläge und natürlich sitzt du manchmal abends nach Hause und denkst dir, das kann ja alles nicht wahr sein. Und natürlich gab es auch in meiner sportlichen Karriere Momente, wo du für einen kurzen Moment gewankt hast und dich gefragt hast, ist das alles richtig? Oder ist es das wert? Was waren das für Momente? Ja, ich sage mal, diese ein, zwei, drei Wochen oder sogar vielleicht mehr nach der drittiger Saison, das waren so Momente, wo du, was mich schon tief getroffen hat, nach so einer Saison, wo du dich fragst, mit was haben wir das verdient? Nach so einer Saison auch mein persönlich größter Erfolg mit dem Tor des Jahres und dann so ein Absturz als Verein. Der verschossene Elfmeter vor jetzt dann doch schon knapp eineinhalb Jahren gegen Salmrohr im Pokalfinale nach so einer Saison. Das sind natürlich Momente, wo du dir denkst, das kann ja alles nicht wahr sein. Die schweren Verletzungen, die Momente, wo du hinteres Kreuzband, vorderes Kreuzband, wo sogar deine Karriere aufgrund von einer Verletzung auf dem Spiel steht, das sind Momente, da würde jeder lügen, der sagt, ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob mir das zu viel wird. Es ist schön, dass du das mit Salmrohr ansprichst. Als du dieses Ding verschossen hast, hast du dich da wie ein Versager gefühlt? Versager ist ein hartes Wort. Ich habe mich verantwortlich gefühlt für ganz, ganz viele. Da waren über 2000 Fans, die uns überragend die Stange gehalten haben. Der ganze Verein hat in dieser Insolvenz gekämpft, hat alles getan. Und ich bin bis zu diesem Tag, habe ich ja schon in vielen Situationen Verantwortung übernommen, ist gut gegangen. Also wenn man nur die Rheinland-Pokalsaison sieht, ist mir in Morbach in der Verlängerung das Siegtor geglückt. Und ich konnte der Mannschaft damit helfen, dieses Spiel zu gewinnen, dieser ganz blutjungen Truppe, die alle begeistert hat, nach dieser Insolvenz, mit der sich heute noch so viele identifizieren können. Ich konnte gegen Trier den entscheidenden Elfmeter reinschießen, dass wir weiterkommen. In Eisbachtal in der Verlängerung den entscheidenden Elfmeter versenken, dass wir ins Finale kommen. Ich habe mich nicht für mich, ich für mich habe schon lange akzeptiert, dass das Scheitern und auch große Niederlagen dazugehören müssen, um irgendwie auch was zu kreieren. Das hat jeder. Große Niederlagen gehören genauso dazu wie große Siege. Ein Jahr, zwei Jahre davor haben wir den Rheinland-Pokal gewonnen. So, Aufstiege gefeiert, Situationen überlebt, super Spiele gemacht, Kapitän, Führungsspiel, also viele gute Dinge, aber es müssen auch schlechte Dinge passieren. Es ist nicht so, dass alles immer einfach glatt durchläuft. Das würde nicht die Wirklichkeit widerspiegeln. Aber das ist ja die Souveränität, die man in der Retrospektive hat, aber in dem speziellen Moment trauerst du nicht nur für dich selbst, sondern für alle, weil du guckst in die Augen von 18-, 19-Jährigen. Genau. Und die heulen, die sind fertig mit der Welt, weil sie es sich verdient hatten, durch einen sowas von unberechtigten Elfmeter in der 96. Minute, obwohl vier Minuten Nachspielzeit angezeigt waren, kriegst du das 2-2. In einem Spiel, wo du hoch überliegen warst, es hätte keinen verdienteren Rheinland-Pokalsieger als Truskobenz in diesem Jahr geben dürfen. Aber das zeigt uns, das spielt im Sport nicht immer die entscheidende Rolle. Du kannst alles richtig machen und trotzdem verlieren. Und dann guckst du in die Augen der Fans, siehst die Tränen, du siehst Verantwortliche, die baff waren, ein Insolvenzverwalter, der vor einem riesen Problem stand, weil der Rheinland-Pokal eine sechsstellige Summe an Geld bringt. Aber du weißt, dass das natürlich auch menschlich ist. Du schießt einen Elfmeter in die linke Ecke und der Torhüter springt in die Ecke und hält den. Klar. Das ist einfach eine Entscheidung. Wir wissen, 75 Prozent aller Elfmeter gehen rein. Also jeder Vierte wird verschossen. Und in dem Augenblick, wo du so oft das Ding gewuppt hast, wo du so oft das Ding versenkt hast im Vorfeld, ist das dann der eine Tag im allerfalschesten Moment gewesen, wo es nicht funktioniert hat. Aber auch das gehört dazu. In dem Moment ist einfach eine riesengroße Leere und Trauer. Vor allen Dingen, weil du hättest so gerne den 2000 Fans, den Mitspielern, dem Trainerteam, dem Verein diesen Pokal geschenkt. Und ja, manchmal ist das so. Ist es dann so, dass man, also dass du versuchst, dann auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ey, es tut mir leid und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, das weiß ja sowieso jeder, dass da keiner dahin geht und sagt, es ist mir scheißegal, ob ich den verschieße oder nicht. Naja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann offensiv mit der Situation umgehen und sagen, Leute, es tut mir von Herzen leid, ich habe es probiert, aber es hat leider nicht geklappt heute. Oder man entzieht sich der Situation einfach, weil man selber von sich selber auch so enttäuscht ist. Ich glaube, es macht im Sport, wenn du, vor allen Dingen bin ich ja danach immer noch der Kapitän gewesen und will anführen auf dem Platz. Das ist mein natürlicher Anspruch. Deswegen gehe ich mit sowas offensiv um, weil es dazugehört. Da kann man auch offensiv mit umgehen. Das Scheitern und auch Scheitern in wichtigen Momenten gehört einfach dazu. Und das ist was, was man erlernen muss, was unheimlich schwierig ist, was man, glaube ich, nie in Perfektion erlernen wird. Also ich werde, glaube ich, nie ein perfekter Verlierer oder ein perfekter Fehlschütze. Dafür hat man ja einfach zu viel Ehrgeiz und will das ja unbedingt. Das sind ja auch Momente, die du dir ja träumst. Jeder träumt ja davon, das Entscheidende zu machen, das entscheidende Tor zu schießen. Auch wenn du natürlich sagst, egal wer es macht, Hauptsache diesen Pokal. Also wenn du fragen würdest, willst du lieber ein entscheidendes Tor schießen oder fünf Pokale gewinnen? Ja, also klar, willst du lieber fünf Pokale gewinnen, völlig egal, wer die Tore macht. Das ist was, womit man, glaube ich, offensiv umgehen kann. Es gehört dazu, es ist menschlich. Es muss ja irgendjemand scheitern. Das hattest du in der Hand. Es gibt Dinge, die hast du nicht in der Hand. Diese ganze Scheiße mit den Verletzungen so über die Jahre hinweg. 2009 Kreuzband, sechs Monate ausgefallen, 2013 dann die Hüfte, Gehirnerschütterung. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man deine Ambitionen, seitdem du ein kleiner Junge bist, siehst, dass sich dein Körper so ein bisschen im Stich gelassen hat? Im Nachgang kannst du da mit souveräner umgehen. Als junger Bursche, so diese ersten schweren Verletzungen, auch das Kreuzband, sind natürlich erst mal Rückschläge. Da hast du natürlich diesen Gedanken, Mist, warum jetzt? Junger Bursche noch in der Entwicklung, du willst hoch hinaus, warum jetzt? Warum ich, vor allen Dingen? So, das ist das. Damit kannst du natürlich, wenn du jung bist, viel schlechter umgehen, als wenn du erfahrener bist. Erklär das mal konkret, was heißt denn schlechter umgehen damit? Was macht man? Dann geht man dann in die nächste Kneipe und trinkt ein Bier? Nein, aber du fällst natürlich schon erst mal so in ein Loch und machst dir Gedanken, wie geht es weiter und kostet mich das jetzt irgendwie meine Karriere. Was passiert da jetzt? Weil du hast ja gar keine Erfahrungswerte. Kreuzbandriss, oh mein Gott, Kreuzband, ja, hast du schon mal gehört, aber ich, jetzt, ich selber, Kreuzbandriss, kennst du nur von anderen so und was passiert jetzt und wie wird das nach der OP, allererste größere OP am Körper, also dieser ganze Ablauf auch dahin. Aber wie kann man sich das vorstellen, wie du das prozessiert hast? Als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich operiert werden muss, bin ich einfach umgefallen. Im Krankenhaus, mit Platzwunder am Kopf, einfach auf den Tisch vom Arzt gefallen. Einfach umgefallen, sofort, einfach weg. So, der hat mir gesagt, Kreuzband ist durch, du musst operiert werden, bin ich einfach umgekippt. Das hat mein Körper in dem Moment gesagt. Wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Das war so ein Schock. Und dann? Ja, war der Kreislauf hinüber. Aber das ist ja immer so, das ist wie nach dem Elfmeter. Du brauchst, früher habe ich ein Stück länger gebraucht, um wieder den Mut zu fassen, den Optimismus zu fassen. Mittlerweile geht das schneller. Das ist so dieses, was über die, was über... Aber was ist das für ein Prozess? Was passiert da? Im ersten Moment, klar, du bist niedergeschlagen. Du weißt, die anderen gehen am nächsten Morgen wieder auf den Trainingsplatz und du wirst das jetzt die nächsten sechs Monate nicht können. Die anderen können an ihrer Karriere arbeiten, du kannst es nicht. Wie wird das jetzt Kreuzband, wenn das operiert wird? Wird das danach nochmal 100%? Bist du danach wieder topfit? Kommst du wieder an dein Level ran? Was passiert jetzt? Was passiert mit deinem Vertrag? Wird dein Vertrag verlängert? Wird er nicht verlängert? Wo gehst du danach hin, wenn du nach sechs Monaten Kreuzband rissst, wenn die Saison ausläuft? In den ersten zwei, drei Wochen bist du schon schwer enttäuscht und dann setzt du dir halt neue Ziele. Dann beginnt diese Übergangsphase dann in dem Prozess, wo du dir neue Ziele steckst, wo du überlegst, weil du kannst ja jetzt nicht dein halbes Jahr trauern. Und dann kam eigentlich 2013 die wahrscheinlich schlimmste Verletzung. Die tatsächliche Diagnose am Ende war eine Nervenwurzelentzündung an der Wirbelsäule, relativ weit unten. Die hat einfach dafür gesorgt, dass sich extrem, einen extremen Beckenschiefstand hat eine ganze Zeit lang. Und das hat sich so auf die Hüfte niedergeschlagen, auf das Hüftgelenk, auf Beweglichkeit, auf Prozesse, dass von der Hüfte bis zum unteren Rücken einfach nichts mehr ging. Also ich konnte nicht mal im Wald locker joggen gehen. Ging gar nichts. Wenn ich eine halbe Stunde gestanden habe, habe ich Schmerzen an der Hüfte und im Rücken gehabt. Alles, weil mein Körper sich so dieser Nervenwurzelentzündung entziehen wollte im Rücken, dass ich so schief war in all meinen Dingen, dass sich das so niedergeschlagen hat. Und das war ein ganz, ganz langer Prozess. Über ein Jahr, ich glaube ein Jahr, drei oder vier Monate. Also 16 Monate. Und ich war bei Ärzten wie im Ärztezentrum von Dr. Müller Wohlfahrt in München. Und man konnte mir nicht helfen. Man hat alles versucht. Spritzenkur im Rücken, Physiotherapie, dann alternative Therapie. Ich habe eine Tortur am Körper bei mich ergehen lassen. MRTs, noch und nöcher, fünf oder sechs Mal MRT, also in der Röhre, wo da Bilder von gemacht werden. Und keiner wusste, ob das nochmal so richtig wird und ob du deine Karriere fortsetzen kannst. Das ist schon dann, jo, da kommst du manchmal ins Grübeln. Musst du aber wegschieben. Also da musst du echt, das klingt jetzt abgezockt, aber so ist es. Aber in der Situation, hast du an Ted Koblenz gesagt, es fühlt sich an, als wird dir das Herz rausgerissen. Ja, so, das ist so. Aber das musst du, das musst du versuchen, dann ab einem gewissen Punkt umzuwandeln in positive Energie. Das fühlt sich beschissen an. Du weißt nicht, wird das nochmal. Und du musst trotzdem im gleichen Moment, und das war damals schon so, immer wieder dran glauben, immer wieder weitermachen, Ärzte aufsuchen, arbeiten, immer wieder auch laufen gehen, trotz Schmerzen. Also ich hab immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer wieder versucht, irgendwie, es wird schon wieder, es wird schon wieder, du kommst wieder zurück. Denk einfach an den Moment, wenn du wieder zurückkommst. Sonst gehst du ja kaputt. Also wenn du jetzt den ganzen Tag nur noch da sitzt und nur noch an dieses Gefühl denkst, ja, nicht zu spielen, nicht auf dem Platz zu stehen, das ist so, als wenn dir jemand das Herz rausreißt. Aber du musst ja immer wieder einen Weg finden, mit der Situation umzugehen. Und der beste Weg ist, indem man positiv bleibt. Aus all meiner Erfahrungen, es gibt keinen besseren Weg. Und so war das damals auch schon, sonst wäre ich, glaube ich, nicht zurückgekommen. Ich hatte das große Glück, dass ich irgendwann über einen Bekannten, an Dr. Merkel in Köln, gekommen bin. Und er hatte die Idee, diesen Nerv im Rücken mit einer speziellen Therapie einfach lahmzulegen. So chemische Nervenveröldung nennt man das. Der eine oder andere Bandscheibenpatient wird das kennen. Und er hat gesagt, er glaubt nicht, dass das Problem, das Kernproblem an der Hüfte liegt, sondern er war sich relativ schnell sicher, nach ein, zwei Wochen, dass wir da drangehen müssten. Und dann haben wir im ersten Schritt diesen Nerv mal betäubt. Ich war schnell wieder da, weil wir auf einmal das Problem gefunden haben, was wir vorher zwölf, dreizehn, vierzehn Monate nicht in den Griff gekriegt haben. Die Tatsache war einfach, dass keiner genau festgestellt hat, was tatsächlich der Ursprung meiner Probleme ist. Wir haben an den Ursachen gedoktert und haben auch immer wieder geschafft, dass Symptome abgemildert worden sind. Aber dadurch, dass wir die Ursache nie gefunden haben, sind die Symptome, sobald ich angefangen habe, natürlich wieder stärker geworden. Er hat dann tatsächlich die Ursache gefunden. Wir hatten diese ersten Spritze. Ich bin nach Hause gefahren. Oder was heißt nach Hause gefahren? Ich bin damals, glaube ich, mit einem Freund hingefahren und wir sind auch dann wieder nach Hause gefahren, weil der gesagt hat, kann sein, dass du Beine und so und schwummerig und mit dieser Betäubung mal kein Auto fahren. Und am nächsten Tag hat er gesagt, du trainierst morgen. Ich habe gesagt, wie, ich trainiere morgen? Ich habe seit über einem Jahr nicht mehr mit der Mannschaft trainiert. Doch, du trainierst morgen. Du ziehst dir morgen die Fußballschuhe an, du wärmst dich ein bisschen länger auf, muskulär, und dann trainierst du einfach. So, und es war, als ob ich nie weg gewesen wäre. Natürlich war mir nach 20 Minuten keine Puste mehr. Das ist klar. Du hattest durch diesen Nerv ja auch so einen Beckenschiefstand. Und reguliert sich das dann automatisch? Das mit dem Beckenschiefstand ist ja so, dass man das immer wieder regulieren kann, dass man immer wieder Einfluss nehmen kann. Aber dadurch, dass wir die Ursachen nie gefunden haben, ist das Becken einfach immer wieder ganz schnell in diese Position gekippt. Oder ich bin einfach immer wieder in so eine Fehlbelastung reingekommen, die dafür gesorgt hat, dass ich Rücken, Hüfte, Knie, dass ich Schmerzen hatte, wo du kein Fußball mitspielen konntest. Und dann, das war so dieser Aha-Effekt. Und wie ist das heute? Ist das ganze Ding jetzt wirklich ausgeheilt oder hast du immer noch Probleme mit der Hüfte? Ich kann damit umgehen. Also ich habe so ein paar Übungen an der Hand und einen richtig, richtig guten Heilpraktiker in Montabau oder in Andi Eckenroth, die kennen diese Problematik. Und sobald auch nur der Hauch von Reizung oder sowas in diesem Bereich entsteht, sind wir sofort da dran. War das dann auch so ein bisschen so das Ende deiner Profi-Ambitionen, dass du dann gesagt hast, okay, mit dem Körper werde ich wahrscheinlich nicht mehr in der Bundesliga spielen? Ja, gut, damals war ich 26. Also dann nochmal in der Bundesliga zu landen, ist dann ambitioniert, drücken wir es mal so aus. Aber ich habe irgendwann im Laufe meiner Karriere, ja, so dieses, dieses klar wurde dann immer irgendwann das Ziel immer ferner, mal in der Bundesliga anzukommen, was ja eigentlich jeder will. Was war denn der Moment, wo du für dich selber realisiert hast, im Profi-Fußball wird das jetzt so wahrscheinlich nichts? Ja, es war schon so die Zeit. Also es war schon, ne? Ja, also man war jetzt nicht mehr nur ein Jahr in der Regionalliga, ja, 2011, 2013, wo ich dann zurückgekommen bin, war dann schon irgendwann 2013 in der neuen Saison, das heißt, du bist dann in der dritten Saison in der Regionalliga, du hast in Koblenz, ich glaube zu der Zeit hatte ich schon zweieinhalb Jahresvertrag oder habe verlängert vorzeitig um zwei Jahre, dann hast du schon irgendwo andere Prioritäten. Das war damals schon so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, das könnte hier dein Weg sein, hier was mitzuentwickeln, hier was mit aufzubauen, hier bist du wer, hier weißt du, was du hast, das ist ja auch immer was wert. Ich bin aber auch kein Typ, der da stundenlang oder tagelang drüber philosophiert, warum war das so, war ich nicht entscheidungsfreudig genug, habe ich zu wenig Risiko gesucht bei Vereinswechseln, haben meine Verletzungen mich da komplett gehindert, hat es einfach von der Qualität her oder vom Talent her nicht gereicht. das ist nicht so, das ist wirklich tatsächlich nicht so mein Ding. Ich finde, das bringt einen nicht weiter. Also ich finde, man neue Ziele setzen, es hat halt nicht funktioniert, es war halt dann nicht so und trotzdem spürst du doch in dir drin, bin ich damit zu dem Moment brutal unglücklich oder nicht und als ich wieder zurückkam und konnte für die TUS wieder spielen, ich war nicht unglücklich. Ich habe nicht gedacht, mein Gott, jetzt kommst du wahrscheinlich nicht mehr in die Bundesliga. Wenn ich brutal unglücklich gewesen wäre, immer, ja dann spielst du doch nicht so lange in einem Verein und kämpfst dafür mit, dass der Verein seine Ziele erreicht. Das geht ja nur, wenn du auch irgendwo eine gewisse Zufriedenheit hast. Retrospektiv betrachtet, was denkst du denn schlussendlich, woran es lag, dass es nicht geklappt hat? Ich glaube, es ist tatsächlich eine gesamte Gemengelage. Du brauchst natürlich Förderer und Vorderer, die dich da hinbringen können, die Bock darauf haben, die auf junge Spieler setzen. Ich habe in Ahlen, in einer für mich ganz entscheidenden Zeit, glaube ich, als junger Spieler keinen guten Treffer gemacht im Nachhinein. Das muss man einfach so sagen. Konnte mich nach einer unglücklichen Anfangsphase zwar in die Mannschaft reinkämpfen, aber mit den ganzen Unruhen im zweiten Jahr war das kein optimales Jahr. Ich habe ein halbes Jahr verloren, bin dann nach Koblenz zurück, habe ein paar Zweitligaspiele gemacht, habe mir dann in der neuen Saison 2009 das Kreuzband gerissen, in meiner zweiten Zweitligasaison dann quasi, in meiner ersten kompletten Zweitligasaison, habe ich mir das Kreuzband gerissen, habe da fast ein ganzes Jahr verloren, die Tots sind am Ende abgeschrieben in die dritte Bundesliga. Es hätte optimaler laufen können. Sage ich mal so, dieser Zeitraum 2007, 2010, diese drei Jahre, die waren sicherlich alles andere als optimal für einen jungen Spieler, geprägt von einer schweren Verletzung oder von zwei etwas schwer, eine ganz schwere Verletzung, eine etwas schwerere in den Ahlen und nicht dieses Vertrauen gespürt zu haben, dass man spielt, das waren sicherlich die entscheidenden Momente, weil dann bist du 2010 irgendwann 23 in der dritten Bundesliga und das ist eine Sache, die natürlich enttäuscht, weil ich glaube, da hätten wir in Koblenz uns festigen können und dann hätte auch ich noch ein paar Jahre dritte Liga in Koblenz spielen können. Nachdem dann für dich klar war, dass es mit dem Lebenstraum bis dato wahrscheinlich nichts werden wird, hat das nächste Leben angefangen, eine neue Rolle, eine neue Aufgabe in deinem Leben? Wir hatten 2014 im Sommer so einen Abschlussabend waren in einem Restaurant bei einem Sponsor und dann hat er zu mir gesagt, als dann so das zur Sprache kam, dass ich bald Papa werde zum ersten Mal, dass sich alles ändert von jetzt auf gleich. Ich habe da gestanden und habe gesagt, ja, ja, gut, das ist jetzt ein bisschen Gefühlsduselei. Ich habe mich an seine Worte erinnert, als die Kleine auf die Welt kam. Es ist wie ausgewechselt. Es ist komplett ein neues Leben. Also das ist wirklich so, es ändert sich alles. So deine ganze Denkweise ändert sich, weil du natürlich nicht mehr nur für dich verantwortlich bist oder für deinen Partner. Du hast eine unglaubliche Bindung. Du fühlst dich so dermaßen verantwortlich für dieses Kind. Was ja auch komplett auf dich angewiesen ist, das ohne dich ja kaum überleben kann. Ja, das ist eine ganz, ganz große Verantwortung und das ist so ein Ding, der versucht man bestmöglich gerecht zu werden. Das ist eine riesen, riesen Aufgabe. Das ist was völlig anderes als ein verschossenes Meter oder sonst was. Da wirkt das alles so unwichtig. Also es gibt einem schon so eine gewisse, dann auch, deswegen habe ich das schon mal gesagt, ich glaube dadurch, wirst du auch ein besserer Spieler oder einfach ein besserer Mensch, weil du wächst mit der Aufgabe. Und dann könnte man ja sagen, dass du so eine Art Mannschaftsvaterrolle übernimmst. Kann man sagen, dass das so geworden ist? Und ich sind natürlich die Uralten. Jetzt nachdem Admir Softic weg ist, Amudu Abdullai letztes Jahr noch dabei, ich bin 33, Dieter ist 38, danach kommt fünf Jahre nichts mehr, dann kommen welche mit 28. Es ist auf jeden Fall so, dass es unser Job ist, auch so ein bisschen die mitzuerziehen da in der Kabine. Das wäre aber auch so, wenn wir keine Kinder hätten. Ich meine, Dieter hat ja auch Kinder. Wir sind schon so ein bisschen da die Papas der Kohorte, kann man schon sagen. Es ist natürlich dieser klassische Generationenkampf, dass die Jungen auch mal die Alten aufziehen. Dass ich mich bei manchen mit alter Mann begrüße oder auch nach dem Spiel als alten Mann bezeichne. Dieses Frotzeln gehört dazu. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich wieder 18 sein will, muss ich Nein sagen, weil die ganzen Dinge, die passiert sind, die ganzen Sachen auf dem Weg, ich bin wirklich zufrieden und glücklich, wie es gelaufen ist. Auf dem Platz und neben dem Platz. Wenn man jetzt sagt, okay, außerhalb vom Platz passiert alles so wieder und du kannst noch mal versuchen deine Karriere irgendwie. Nee, es ist gut so, wie es ist. Und es macht auch Spaß mit 33. Und ich habe jetzt letztens noch gesagt, ich glaube, 33 wird ein gutes Alter. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, auch 34 und 35 wird nochmal cool, weil es hängt von der inneren Einstellung ab. Klar, von der Gesundheit natürlich, aber wie sehr brennst du noch? Und wenn du mich fragst, wie sehr brennst du noch, um zu spielen, dann spiele ich auch mit 40 noch. Der Körper, das mitmacht, ist was anderes nach so vielen Jahren. Aber es ist okay. Also ich fühle mich wohl in dieser Rolle und ich fühle mich auch wohl 18-Jährigen bei uns permanent Balldienst. Die müssen alles machen. Die müssen sogar die Nummer auf die Wasserflasche. Müssen sie denn noch Schuhe putzen? Nee, das hat sich geändert. Das hat sich geändert. Es hat sich schon ein bisschen was geändert in der Hierarchie. Es ist nicht mehr so ganz so ein Dogma von oben runter. Und als Junger machst du am besten gar nicht den Mund auf, wenn du durch die Mannschaftstür gehst, die Kabine. Aber es gibt schon noch so gewisse Regeln. Aber nicht mehr so knallhart. Kann man denn sagen, dass du nachdem das Profi ausführlich so ein bisschen feststand, dass du dann gesagt hast, okay, dann jetzt Familienplanung, jetzt setze ich das mal endlich um? Nee, auch das ist einfach ein Prozess, der bei uns gekommen ist. Also meine Frau hat, glaube ich, acht Jahre lang mich zum Heiraten versucht zu bewegen. Es war schon so ein Running Gag in der Familie, so der eine oder andere Onkel oder Cousin, jedes Mal, wenn wir eine Familienveranstaltung haben. Ja, wann willst du denn jetzt endlich mal fragen? so fast schon instruiert von meiner Frau und ich bin aber da so ein intuitiver Typ. Ich habe dann erst 2012 an Weihnachten meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht unter dem Weihnachtsbaum. Also ich habe mir Gehörig Zeit gelassen, wir sind zusammen seit 2005. Also nach sieben Jahren habe ich dann einen Antrag gemacht. Aber für mich stand eigentlich relativ schnell fast, dass es keine andere Frau mehr in meinem Leben geben soll. Also ich wusste eigentlich nach vier Wochen, dass die, das ist die Frau, die du bei dir behalten musst. Die musst du bei dir behalten. Und trotzdem hat es sieben Jahre gedauert, weißt du? So. Und auch das mit den Kindern, wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt 2014, müssen wir jetzt ein Kind kriegen oder wir wollen in dem und dem Alter Kinder haben. Es ist immer auch so ein bisschen so ein Inneres in sich reinhorchen, so ein bisschen auch gefühlsmäßig. Es passt halt von außen betrachtet zeitlich ganz gut zusammen, so das Hüft, diese ganze Hüftsituation kommt und dann könnte man das so interpretieren, dass dann so ein bisschen so der Rückzug ins Private kam oder anders gesagt, dass du für dich so erkannt hast, dass es vielleicht noch Dinge gibt, die vielleicht noch ein bisschen wichtiger sind. Aber ich glaube, das wäre auch gekommen, wenn der Profitraum komplett aufgegangen wäre, wenn es irgendwo ganz nach oben gegangen wäre. So, dann hätte das, weil ich wollte schon immer Familie haben. Wir sind mit einer tollen Familie aufgewachsen, ich habe zwei Geschwister und zwar immer meine Onkels, Tanten, viele, viele Kinder in den Familien. Du wächst damit auf, ich hatte eine unheimlich schöne Kindheit und für mich war da relativ schnell klar, ich will mal Kinder haben. Und aber auch da, weil du hast mich jetzt heute schon ein, zweimal nach einem Zeitpunkt gefragt, es ist gut, wie es ist. So, aber jetzt immer den genauen Zeitpunkt zu treffen, so dieses Durchplan und morgen kriegen wir ein Kind und übermorgen bauen wir ein Haus und über, übermorgen fliegen wir dahin in den Urlaub. dieses Tor des Jahres war für dich ein unfassbarer sportlicher Erfolg. Aber wie sehr wirft das eigentlich Schatten? Man könnte ja auch sagen, dass man reduziert wird auf einen Moment, während die Karriere viel größer und viel komplexer ist und die eigentliche Arbeit ja die jahrelange Basis und Aufbauarbeit ist und so weiter. Ja, könnte man so interpretieren, man könnte aber auch sagen, es ist doch unheimlich cool und es macht mir immer wieder Spaß, wenn Leute auf mich zukommen und mich sehen und sagen, ich war im Stadion oder ich habe dein Tor gesehen, so das ist ja auch was, das bereitet den Menschen heute noch Freude, da sind die stolz drauf, die sind stolz, auch Leute, die es nicht mit der TUS haben übrigens, es ist ja nicht immer alles Kosmos TUS, es gibt auch Koblenzer und oder hier im Umkreis, im Westerwald, die mit der TUS eigentlich gar keine Berührungspunkte haben, die das cool finden, dass einer aus unserer Region hier das Tor des Jahres in ganz Deutschland geschossen hat, das ist ja nicht nur so ein persönliches Ding, das heißt, das ist doch was Schönes und wenn die Leute mich dann in dem Moment darauf reduzieren und jetzt nicht nach meiner Lebensgeschichte oder nach meinen Kindern fangen, sondern sagen, cool, du hast doch das Tor des Jahres geschossen, dann ist das aber auch doch was, so eine zwischenmenschliche Ebene schafft, die einfach schön ist, da schwingt Freundlichkeit mit, da schwingt vor allen Dingen was mit, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, du merkst, dass die Leute dir das gönnen in dem Moment, wenn sie sich so freudig darauf ansprechen, das ist also kein Reduzieren, sondern Aber willst du denen dann nicht auch sagen, irgendwie ja, aber ich habe ja noch den Elfmeter da geschossen und wir sind da und so weiter, nee? Nein, das ist was, was für mich ja was von Wert ist. Ich setze nicht voraus, dass sich jeder so intensiv mit meiner Karriere auseinandersetzt. Ich mache es ja auch nicht mit allen anderen. Also was mich vielmehr freut ist, dass ich ein unheimliches Gespür, also ich spüre, dass man mir das gönnt, dass ganz viele mir diesen Moment einfach gönnen und das ist doch was Schönes, wenn du merkst, dass andere sich mit dir freuen. So, das ist doch viel mehr wert. Das ist überhaupt kein Problem für mich, wenn man mich darauf reduziert. Das wäre völlig falsch. Ist doch auch schön. Also man wird erkannt und sagt, hey cool, du hast doch das Tor des Jahres geschossen. Also es wäre doch verlogen von mir jetzt zu sagen, das berührt mich nicht oder dann bin ich erbost und sage, ey, du reduzierst mich jetzt hier auf einen Moment meiner Karriere. Nee, das nicht, aber ich meine, du bist ja so viel mehr als dieser eine Schuss. Am Ende des Tages ist es ein unfassbarer Schuss. Weißt du, was ich sagen will? Es ist, ich hatte letztens ein Interview mit einer großen deutschen Zeitung aus dem Süden zum Zehnjährigen, das ist ja jetzt zehn Jahre her und da hat man mich auch gefragt und dann habe ich gesagt, nein, es war auch nicht der, der, es war der persönlich beste Moment meiner Karriere, aber du fängst ja nicht das Fußballspielen an, um den persönlich besten Moment deiner Karriere zu haben. So, du willst Erfolge feiern und das geht nur über Mannschaftserfolge. Du kannst dich nicht am Ende hinstellen und sagen, ich habe den Pokal gewonnen, sondern wir haben den Pokal gewonnen. So, aber das war natürlich in diesem einen Moment der persönlich beste Moment, aber auch nur ein persönlich bester Moment. So ein Schuss, keine 35 Tore, Torschützenkönig der ersten Bundesliga. Aber da gab es ja noch eine Menge anderer und keiner davon hat so viel Anerkennung bekommen wie dieser spezielle. Ja, ist aber auch normal. Also Mario Götze zum Beispiel muss auch damit leben, dass er mal wieder reduziert wird auf das Tor bei der Weltmeisterschaft. Andere Spieler werden vielleicht auf diesen einen Titel reduziert, Weltmeister oder weiß der Geier was, weißt du? Ich kann das schon richtig einschätzen. Ich bin da wirklich auch, ich bin da glücklich drum, kann man ja einfach auch so unumwunden zugeben. Ich bin da glücklich drüber, dass das ein Moment ist, der mich für immer begleitet, weil es eben was etwas Besonderes ist. Und auch das macht das Leben aus. Also ich meine, wie gesagt, nochmal, ich brauche den Fußball nicht, um komplett glücklich zu sein, aber um glücklicher zu sein. Weißt du? So, und dieser Moment, der wird für immer bleiben. Leben, und das ist ja was, das ist eine Spitze im Leben, die für immer bleibt, an der man sich immer wieder, und da kann man sich auch dran hochziehen, die sorgt für so viele positive Momente in meinem Leben, dass ich da 0,0 Negatives mit assoziiere. Aber ich verstehe das schon, dass man das so, könnte man schon sagen, ah, ist doch doof, dass du nur auf diesen einen Moment reduziert wirst. Aber dann liegt es vielleicht an denen, die meine gesamte Karriere irgendwann mal betrachten, das nicht zu tun. Auch das ist ja eine große Kraft, diese besonderen Momente speichern zu können und dann, wenn man mit der Hüfte sitzt und total im Ungewissen ist, dann sowas wieder im Kopf mobilisieren zu können, ne? Ja, absolut. So ein bisschen sind Leistungssportler, auch wir Fußballer, alles natürlich auch so ein bisschen Adrenalin-Junkies, ne? So dieses, wenn du vorher gefragt wirst, wie soll das Spiel heute laufen, dann sagst natürlich, ich schieße in der 94. Minute vor ausverkauftem Haus das 1-0. Du kommst nicht auf die Idee, das einfacher zu sagen, wir führen nach 40 Minuten 4-0, der Gegner weiß nicht mehr, was er machen soll und dann können wir uns in der zweiten Halbzeit auf die faule Haut legen, der normale, also jeder, der einigermaßen da ein Wunschszenario aufmalen dürftest, bist du der Siegtorschütze in der 94. Minute. Also es ist ja schon so ein bisschen diese Gier nach Adrenalin, nach Besonderem, so dieses einfache 4-0 Gewinn. Der Held sein, ne? Darum geht es ja letztlich. Das macht dir das Spiel. Das ist schon so eine Sache, die dich natürlich auch antreibt, klar. Wenn du dann diese Rolle akzeptiert hast, fühlt sich das in der Oberliga jetzt nicht für dich wie ein Abstellgleis an oder so? Ganz entscheidend ist, dass ich nicht zufrieden bin. Also was heißt nicht zufrieden mit Oberliga? Dass ich mehr will. Dass ich trotzdem, dass ich weiß, ich hab mal, das war ja auch so ein bisschen, worauf du eben hinaus wolltest, wie ist das mit der Motivation, wenn du zweite Liga gespielt hast und weißt jetzt in der Oberliga, da kommst du wahrscheinlich nicht mehr hin. Wie gehst du damit um? Ich will das Maximum rausholen und ich hab unheimlich Bock mit der TUS nochmal Momente zu feiern, einen Aufstieg zu feiern, der in Erinnerung bleibt. Ja, aus diesem tiefen Tal das nochmal zu schaffen. Wäre das so das krönende Karriereende sozusagen? Ja, weiß ich nicht. Auch das ist, das kann in vielerlei Hinsicht krönendes Karriereende, das, wenn man sich's ausmalen dürfte, vielleicht ist das ein Moment. Ist das, kann natürlich sicherlich so sein, aber wenn's nicht so ist, dann wird mich das sicherlich auch nicht unglücklich machen. Aber ich will was erreichen und für mich ist es eventuell nach all dieser Zeit dann genauso hoch anzusetzen, wie die Drittligasaison. Also ich mach das nicht einzig und allein an der Liga fest, sondern man muss anschauen, was ist das für ein Projekt und was hat man aus dem Projekt gemacht. Und wenn man guckt, 2018, tiefer geht nicht. Wo wir gelegen haben, auf dem Boden, da war keiner mehr da, der groß am Schubkarren ziehen wollte oder an der Karre überhaupt ziehen wollte. Und ganz wenige, die mitgezogen haben und aus den ganz wenigen sind immer mehr geworden in diesen zwei Jahren. Jetzt ist ein neuer Vorstand dabei, es kommen neue Partner dazu, es kommen immer mehr, die mitziehen. Und wenn dieses Projekt irgendwann mal auf so stabilen Beinen steht, dass die TUS wieder in der Regionalliga gefestigt ist und hat den Ausblick auf Profifußball irgendwann mal, dann kann das ein viel größerer Erfolg sein, als ich habe in meinem Leben mal zweite Bundesliga gespielt. Also das würde ich gar nicht so sehr nur an irgendeiner Liga oder an der Größe des Pokals festmachen wollen. Und deshalb bin ich motiviert. Also das nochmal zurück auf diese Frage, um das zu beantworten. Meine Rolle ist, und deswegen habe ich auch, glaube ich, die Binde noch an, wenn ich das nicht mehr hätte. Nur die Binde, weil du irgendwann mal zweite Liga gespielt hast, macht keinen Sinn. Du musst die einem geben oder es sollte im Bestfall einer diese Binde tragen, der jeden Tag das Maximum rausholen will, der noch Ziele hat, der das auch vorleben kann. Gepaart mit der nötigen Erfahrung dann, in Ordnung, das scheint dann wohl noch zu stimmen bei mir. Und da jedem Einzelnen, und das ist, so interpretiere ich meine Aufgabe, für mich, ich versuche jedem, der bei uns spielt, jedem, der zu Tuskobans zu kommen, damit zu besehlen, dass wir was zusammen erreichen wollen. Und dass wir auch nur was zusammen erreichen können, wenn sich jeder hohe Ziele setzt. Das heißt nicht, dass wir jedes Mal in tiefe Trauer fallen, wenn wir ein Spiel verlieren. Aber dieses Fernziel vor Augen zu haben, diesen Verein mal wieder in die Richtung zu bringen, wo er mal war. Und das versuche ich jeden Tag vorzuleben, das ist meine Rolle. Und dann müssen andere entscheiden, kann ich damit identifizieren, kann ich meinem Käpt'n folgen, oder ist das vielleicht eine Spur zu viel? Wenn du mal so darüber nachdenkst, was so deine Legacy ist, was so dein Vermächtnis ist, irgendwas wird dir dann da übrig bleiben, oder soll dir übrig bleiben. Kaiserslautern hat Fritz Walter, die Eintracht hat Jürgen Grabowski, ist das so, dass man sich auch schon an diesem Punkt so ein bisschen bewusst ist, dass man sowas für die TUS werden könnte, oder vielleicht sogar schon ein Stück weit ist? Und was macht das mit dir? Ja, weiß ich nicht. Oder ist das, man kann ja auch anders sagen, oder ist das so ein Zeug, was so komplett außerhalb von dir passiert? Irgendwelche Leute werden im Nachhinein sagen, du wirst die oder jene Figur gewesen sein, und du machst hier einfach nur deinen Job. Na klar, wird das, wird bewertet, und hast du in den Analen eine gewisse Position irgendwann mal, und natürlich weiß ich auch, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Spieler XY bei der TUS bin, aber das ist nicht mein Antrieb, so mein Vermächtnis, was soll mein Vermächtnis bei der TUS sein? Ich glaube, was mir wichtig wäre, ist, dass die Menschen denken oder sagen, der hat sich nie zu wichtig genommen, immer untergeordnet, zum Wohle des Großen und Ganzen, weil das ist das, was du als Mannschaftssportler leben willst, und Stahli wollte immer mehr, war nie, nie wirklich zufrieden, auch nach dem Sieg schon ans nächste Spiel gedacht, immer weiter, immer weiter, und jetzt nicht nur auf eine Liga geguckt, sondern einfach aus sich persönlich das Maximum rausholen, und wenn auf dem Zwischenweg du hinfällst und liegst, musst du aufstehen, weitermachen, wenn das irgendwann mal übrig bleibt, wenn man das von mir irgendwann mal so sagt, dass ich einer war, der, egal was für Knüppel dazwischen geflogen sind, sich immer wieder aufgerappelt hat und weitergemacht hat, und das Ziel nicht aus den Augen verloren hat, dann wäre das, glaube ich, schon viel wert. Ist das auch das, was deine Kinder über dich wissen sollen, wer du als Sportler gewesen bist? Ich glaube, wenn mir eine Sache ganz wichtig ist in der Erziehung, ist, dass ich meinen Kindern beibringe, dass Widerstände kommen werden, aber dass man dann daran nicht verzagen soll, dass Widerstände dafür da sind, um dagegen anzugehen. Und dass Scheitern, eine Kultur des Scheiterns dazugehört. Ich meine, wir schreiben natürlich gerne die Heldengeschichten und wenn irgendwelche Dokus kommen und wenn irgendwelche Reportagen kommen, dann wird natürlich das Heldenhafte oft in den Fokus gestellt aus irgendeinem. Da werden Personen, das muss man richtig einordnen, ja, alle Großen, überall kommt Scheitern vor. Ich glaube, Scheitern kann dich erst zu einem richtig guten machen, weil du musst ja Erfahrungen sammeln und die sammelst du nicht, wenn du immer nur glatt durchgehst. Die größten Erfahrungen und die meisten Fortschritte machst du im Scheitern. Wenn du das Scheitern für dich richtig einordnest, wenn du es als was Positives siehst und nicht als was Negatives. In dem Moment, klar, in dem einzelnen Moment ist dem Scheitern nichts Positives, weil der Pokal ist weg, du hast ihn nicht gewonnen. Der kommt nicht wieder, nur weil du das Scheitern positiv siehst. Aber du musst ja trotzdem dann daraus Kraft ziehen und stolz darauf sein zu sagen, okay, aber davon lasse ich mich nicht umhauen. Ich bin deswegen kein unglücklicherer Mensch oder ich verlasse meine Ziele. So, ich meine, wie viel Finals hat Jürgen Klopp hintereinander verloren? Acht oder neun? Ja. Hat er aufgehört? Nee. Würde man über Jürgen Klopp sagen, er ist ein Versager, nur weil er acht Finals hintereinander verloren hat? Ja, in der Presse in England oder so haben schon manche, ja, der gewinnt ja nie ein Finale, muss ja mal ein Finale gewinnen. Für mich war der vorher schon, also die meisten werden mir hoffentlich recht geben, ein sensationeller Trainer, auch wenn er acht Finals verloren hat. Nur weil er die Finale, und selbst wenn er noch fünf verloren hätte, ist er doch ein Top-Trainer, ein wirklich Top-Trainer. Was ist das für dich für ein Druck, also jetzt gerade auch so innerhalb der Mannschaft so der Leitwolf zu sein? Also eigentlich darfst du doch nie scheitern oder irgendwie dir grobe Schnitzer erlauben, gerade auch was Disziplin angeht und so weiter. Ist das einfach, lebst du einfach genauso weiter wie vorher auch? Es wäre ein Problem, wenn du dich verstellen müsstest, dann wäre es ein Problem, wenn du eigentlich eine andere Natur hast, ein anderes Denken und müsstest dich irgendwie verbiegen, sodass es einigermaßen passt als Führungsspieler, dann wäre es ein Problem. Aber dadurch, dass ich einfach, glaube ich, authentisch bin und so, wie man mich auf dem Platz erlebt, so wie man mich erlebt, wenn man mich trifft, so bin ich auch in der Kabine. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um als heutzutage, gerade heutzutage anerkannt zu werden. Du musst da einfach so sein, wie du bist und den Führungsstil an den Tag legen, wie du bist. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass ich dabei auch Fehler mache. So, das ist nur okay. Und dann scheitere ich in manchen Momenten in meinem Führungsstil auch. Das ist dann ja auch ein Scheitern auf irgendeine Art und Weise für den Moment. Ist aber auch gar kein Problem, weil auch das ist das, was versuche ich auch in die Mannschaft zu tragen. Es ist in Ordnung, Spiele zu verlieren. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Und das Entscheidende ist, dass du vorher alles getan hast. Dass du alles getan hast, was nicht zu akzeptieren ist. Das wäre für mich, das wäre für mich, deswegen kann ich sagen, ich bin auch mit meiner Karriere zufrieden. Ich wäre unzufrieden, wenn ich aus mir nicht alles rausgeholt hätte. Wenn ich nicht das Gefühl hätte im Nachhinein, ich bin immer auf den Platz gegangen, mit Freude, Spaß, Begeisterung und mich zu entwickeln, um besser zu werden. Und das versuche ich zu transportieren, weil ich das selber gemacht habe. Ist das das, was du den Jungs versuchst beizubringen, weil das ist ja die Lebenserfahrung, du hast oder die, das ist so, würde man dein ganzes Leben, wäre das so eine mathematische Formel, wäre das ja das Endgame so, dass du gelernt hast, mit diesen extremen Tiefschlägen umzugehen. Ist das das, was du dann den Jungs versuchst zu vermitteln? Schon, ja. Die brauchen nicht die schweren Verletzungen oder ich hoffe jetzt nicht, dass die extreme Tiefschläge kassieren, so, aber dieses mit Misserfolg oder mit Fehlern richtig umzugehen, ist schon sowas, was glaube ich, was ganz entscheidend ist. Und da so ein bisschen dieses Ding wegzunehmen, oh mein Gott, wenn ich Fehler mache oder wenn ich jetzt scheitere, dann betrachten mich alle als Versager. Entscheidend ist, nochmal, und ich bin auch, glaube ich, manchmal recht ruppig zu dem einen oder anderen, was ich nämlich, das ist, weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, aber das ist so mein Ding, ich hasse es, wenn jemand nicht alles gibt. Wenn jemand so ein bisschen Bruder Leichtfuß komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich weiß natürlich, dass die junge Generation, dass man da aufpassen muss und dass die natürlich auch noch andere Dinge im Kopf haben und dass sich das entwickeln muss, dass man auch Geduld mit haben muss mit jungen Spielern. Aber ich versuche denen schon frühzeitig zu sagen, holt alles raus. Ihr werdet es zutiefst bereuen, wenn ihr irgendwann zurückblicken müsst und müsst sagen, ich habe zwei, drei Jahre meiner Karriere einfach verschenkt, weil ich, keine Ahnung, weil mir wichtiger war, samstags in die Disse zu gehen und montags vor dem Training, ja, nee, ich muss jetzt kein Krafttraining machen, sich nicht richtig aufs Training vorbereiten. Das ist mir wichtig. Jetzt mal abgesehen von Captain Leichtfuß, wer ist denn da besonders so dein Schützling innerhalb der Mannschaft? Also ich meine jetzt wirklich nicht, wer besonders nachlässig ist, aber wen musst du besonders an die Hand nehmen? Was heißt besonders an die Hand nehmen? Ich glaube, es ist normal, dass man tiefere oder weitergehende Beziehungen zu Spielern hat wie zu anderen. Dass du auf einer anderen Ebene kommunizierst, dass du mit dem einen auf der Ebene, mit dem anderen bist du auf der Ebene, mit dem bist du ein bisschen tiefer drin, mit dem anderen. Mit wem bist du so ein bisschen enger? Also natürlich ist es auch altersbedingt, klar, mit den älteren Spielern, ich sag mal so Dieter und Daniel von der Bracke, Dieter Pauk und Daniel von der Bracke, das sind schon so zwei, mit denen ich jetzt, Eldin Hatzitsch, den schätze ich sehr. Wir haben jetzt privat nicht so unheimlich viel miteinander zu tun, aber... Aber mit Dieter hast du bestimmt auch privat was zu tun. Ja, Dieter und Daniel, wir haben auch privat immer mal wieder zu tun. Wir schreiben und telefonieren. Mit dem Eldin, wir haben glaube ich, wir schätzen uns glaube ich sportlich sehr, sind da in der Kabine, reden wir oft mit einer Stimme. Von den Jungen war Felix Könighaus war so einer, glaube ich, mit dem ich sehr, sehr gut kann. Leon Waldminghaus, seit da oben ist, weil das sind so die ersten beiden von dieser jetzigen jungen Garde, die hochkamen, die kamen schon zur Regionalliga, in dem Abstiegsjahr der Regionalliga dazu, als der Arne Trainer wurde, kamen die beiden dazu. Marc Richter, der sitzt genau neben mir, den habe ich genau neben mich platziert. Er ist ja so mit eines der größten Talente, die wir haben. Ab und zu mal Bruder Leichtfuß, der ist einer von denen, die ab und zu mal einen Tritt in den Hintern brauchen und da fühle ich mich schon so ein bisschen, der Marc weiß das auch, wenn er das jetzt vielleicht oder dann sieht. Ich frotze ihn auch ganz gern mal und wenn er dann in der Kabine fünf Minuten mit dem Handy sitzt, dann frage ich ihn schon, warum er nicht auf dem Boden liegt und Liegestütze macht, was er jetzt mit dem Handy will. Vom Handy gucken ist noch keiner Fußballprofi geworden. Ich sehe in ihm halt ein Riesenpotenzial und ich sehe in ihm die Chance oder ich sehe in ihm das Potenzial, dass er ein Fußballprofi wird. Und das macht dann halt auch Spaß, solche Leute in der Kabine zu haben, auch in der Oberliga macht das dann Spaß. Aber es ist doch eigentlich eine tolle Aufgabe, so den Weg zu ebnen für solche Jungs und denen dabei zu helfen, ihre Träume zu erfüllen am Ende des Tages. Absolut, also wenn ein Felix Könighaus irgendwann mal in der Bundesliga spielt, dann hoffe ich, dass er mal eine Karte rüberwachsen lässt, dass man auch mal gucken kommen kann. Ich habe zwar Sky, aber würde dann auch ganz gern mal live gucken oder auch so einen Marc Richter. Das wäre ja dein persönlicher Erfolg ein Stück weit dann auch. Weiß ich nicht. Ich würde mich einfach freuen für die Jungs, mich einfach freuen, wenn da einer, wenn das einer packt, wenn einer seinen persönlichen Traum sich erfüllen kann, solche Spiele miterleben kann, wie ich es ja auch zum Teil miterleben durfte, weil ich weiß, wie sehr das in Erinnerung bleibt, wie sehr diese Momente, weil das ist natürlich so, dass Zweitligaminuten oder Pokalsiege anders in Erinnerung bleiben als Oberligasiege. Da brauchen wir nicht drum rumreden oder Regionalligasiege. Das ist einfach was anderes, wenn du ein Spiel vor 20.000 machst als vor 300 auswärts oder wenn du ein DFB-Pokalspiel gewinnst anstelle von einem Rheinland-Pokalspiel gegen den Kreisligisten. Das ist natürlich eine andere Wertung. Wirst du dich in 20 Jahren, wirst du dich nicht mehr daran erinnern, dass du in der ersten Pokalrunde gegen weiß ich nicht 5-0 gewonnen hast, aber dass du gegen Hertha BSC 2-1 gewonnen hast und hast ein ganz nettes Tor geschossen, daran erinnerst du dich halt schon. Dass der eine oder andere solche Erfahrung vielleicht nochmal mitnimmt, ja, gönnt man einem natürlich. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ich glaube, es wäre vermessen, irgendwas zu erwarten oder an den Aufstieg. Natürlich weiß ich, dass gerade die jüngeren Spieler, dass die in der Saison gehen und sich natürlich ausmalen Aufstieg. So war ich doch früher auch. Das weiß ich doch noch. Das ist das, da muss ich mich dann auch immer wieder versuchen, zurückzuversetzen. So war ich doch auch, als ich nach Aalen gewechselt bin als junger Bursche oder bei Koblenz. Da hast du natürlich vom Aufstieg geträumt. So die Älteren, Erfahrenen, die sind da, glaube ich, ein bisschen gesetzter. Die wissen, in welcher Situation befinden wir uns, wenn man sich unseren Kader anguckt, was der für ein Durchschnittsalter hat, was die erste Elf für ein Durchschnittsalter hat. Wir haben 5, 6 sehr erfahrene Spieler, ja, aber dahinter kommt nicht mehr viel. Die Saison wäre unter normalen Umständen mit sehr, sehr vielen Spielen in einer kurzen Zeit abgelaufen. So, jetzt ist der Lockdown. Es wäre, glaube ich, vermessen in unserer Situation von dem Aufstieg zu reden. Ich glaube, es geht um Entwicklung. Es muss in die richtige Richtung gehen. Es muss darum gehen, dieses Jahr das Ding auf die nächste Stufe zu bringen. Die jungen Spieler besser zu machen, sodass sie im nächsten Jahr noch einen Schritt weiter in der Oberliga sind. Und wir haben, glaube ich, in diesem Jahr schon ein, zwei, drei richtig gute Transfers gemacht. Ja, und im nächsten Jahr sollten noch drei, vier gute Transfers folgen. Und dann, dann sehe ich uns schon in einer Situation, wo man nicht von Aufstieg reden sollte, weil einen Aufstieg, den erarbeitet man sich, der kommt nicht durch Reden. Aber wir sind dann sportlich, zumindest in einer Situation, wo wir mit mehr Ansprüchen an uns selbst reingehen können. Weil ich kann jetzt nicht erwarten, dass wir Spiele wie in Trier, wo ich ausfalle, an Dieter Pauken ausfällt, an Almir Porca ausfällt, an Eldin Hatzic ausfällt, und wir das mit 17-, 18-Jährigen auffüllen, da kann ich nicht erwarten, dass wir gegen Trier gewinnen, weil das sind die Mannschaften, die du schlagen musst, wenn du aussteigen willst. Das können wir nicht erwarten. So, und das, man kann auch nicht erwarten, dass die sechs, sieben sehr erfahrenen Spieler, die das anführen sollen, dass die 34 Mal in der Saison 90 Minuten auf dem Platz stehen. Das ist nicht realistisch. Aber was macht das denn mit der Stimmung in der Mannschaft? Also wie ist es gerade in der Kabine gewesen? Ja, junge Spieler haben ja einen Riesenvorteil, ist Unbekümmertheit. Die kommen nicht in die Kabine ständig mit diesem Druck, oh mein Gott, ich will aber aufsteigen und jetzt haben wir nicht gewonnen am Wochenende. Also die verpacken das schon ganz gut. So dieses bisschen, so dieses leichtsinnige, manchmal möchte ich es jetzt mal nennen, hat ja auch dann was Positives, dass man Niederlagen schneller abschüttelt, dass man eben nicht so total verbissen schon ist. So, da sind dann die älteren Spieler wieder ein bisschen mehr so. Dann, wenn man dann so eine unnötige Niederlage am Wochenende eingefahren hat, so dass, da ist man drei, vier Tage sauer. So, Daniel von der Brake oder ich oder auch der Eldo, da ist man schon mal eine ganze Woche angepisst. So die jungen Spieler, die sind eigentlich dienstags beim ersten Training schon wieder relativ locker drauf. Manchmal zu locker, da muss man sagen, ey Leute, wir haben am Wochenende gerade total verkackt, wir müssen uns jetzt hier mal straffen. Aber die Stimmung ist gut. Wir haben eine sehr, sehr homogene Truppe, charakterlich einwandfrei. Das sieht man, wir hatten keine einfache Saison bisher. Verletzungen, Sperren, Ergebnisse. Es war zum ersten Mal, seit wir in der Oberliga sind, in den zweieinhalb Jahren jetzt, war ein bisschen, war es tricky, war es unter verschiedensten Aspekten nicht einfach. Sperren, unglückliche Gegentore, Spiele, die du am Anfang dominiert hast, wo du nicht gewonnen hast, mit wenig Punkten reingekommen, dann Verletztenwelle, ich verletzt, Eldin ausgefallen, krank, Dieter krank ausgefallen, Christian Meinhardt gesperrt, dann war ich gesperrt, dann war der Eldin noch gesperrt. So, und trotzdem haben wir in den letzten Spielen bewiesen, dass wir, wir haben nicht toll Fußball gespielt. Aber Mentalität und Charakter haben gestimmt, Einsatz hat gestimmt, die Bereitschaft, alles rauszuhauen, wir haben gegen Müller im Kerlisch mit zwei Mann weniger gewonnen, wir haben in Lautern gegen einen Top-Gegner, bei dem wir natürlich unterlegen waren, in allen Aspekten, die waren uns natürlich überlegen, von der Physis, vom Spielerischen, auch vom Taktischen, mit Ballbesitz, klar waren die uns überlegen, aber wir haben alles reingeschmissen, wir haben uns mit allem, was wir hatten, gewährt und nur dann bist du in der Lage, einen Lucky Punch zu setzen. Der Lucky Punch kann ja nur kommen, wenn du bis dahin überlebt hast. Also versucht man quasi im Moment jetzt so eine Mannschaft zu formen, also so ein Teamgeist und Zusammenhalt. Man versucht unter diesem Aspekt auch Corona, diese Scheißzeit, wir hätten natürlich noch zwei, drei Spieler gebrauchen können mit Qualität, die den Kader in der Breite und in der Spitze vor allen Dingen besser machen, mit einer gewissen Erfahrung. Natürlich wollten wir das machen, aber Corona hat das auch einfach nicht zugelassen. Es, glaube ich, bedurfte einer hohen Verantwortung auch wirtschaftlich da keinen Unsinn zu machen, weil du nicht so genau wusstest. Wir sehen ja jetzt, was passiert. So, wenn wir jetzt noch zwei, drei Spieler geholt hätten von einem bestimmten Format, hätte der Verein vielleicht viel größere Probleme jetzt noch, stand jetzt, allein finanziell. Dass das sportlich total Sinn macht, wenn man so eine junge Mannschaft hat, noch zwei, drei Anker in die Truppe zu holen, weil man ja auch den Anspruch zu Koblenz hat, wieder Richtung Regionalliga zu gehen, sich hinzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Aber das Motto muss sein, die, die wir jetzt haben, die Situation, die wir jetzt haben, ist auch eine Chance für die vielen Jungen, diese Erfahrung zu sammeln, die sie vielleicht sonst nicht sammeln können. Weil in der Form so viele Jungen, wie da jetzt spielen, die Oberligaspiele sammeln können, das kann sich für den Verein in ein, zwei, drei Jahren richtig auszahlen, weil du dann vielleicht 21, 22-Jährige hast, die bereits 80 bis 100 Oberligaspiele auf dem Buckel haben. So, das ist dann auch eine Qualität, die, die sich auszahlen wird. Das wird dieses, das, was wir jetzt sehen, das wird später geerntet. Es ist jetzt kein Projekt, wo du sagst, mit der Truppe, wenn du damit jetzt nicht aufsteigst, ja, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Die Entwicklung muss stimmen. Die Entwicklung muss stimmen. Man muss am Ende sagen können, die Mannschaft hat sich in allen Belangen in die richtige Richtung entwickelt. und dann macht man eine Analyse, die Trainer der Vereine, was kann man tun, um diesen Kader auf die nächste Stufe zu bringen und können wir das tun? Keiner weiß, wie sich jetzt die Pandemie entwickelt, wie die Saison endet, wie das wirtschaftlich endet. Wissen wir jetzt alle nicht. Michael, letzte Frage. 20, 23 endet dein Vertrag. Wird es danach weitergehen? Hast du noch Sprit im Tank? Wie lange wird das noch gehen? Wir ziehen es jetzt mal auf die Ebene. Wie viel Lust hättest du noch nach 2023? Und ich kann dir sagen, Stand jetzt, Stand heute, hätte ich verdammt viel Lust, hätte ich verdammt viel Bock. Weil das ist so dieses Ding, das ist was, ich fahre ja eine Zeit lang nach Koblenz, da hat man ja auch Zeit zum Nachdenken. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, warum wohnst du nicht in Koblenz? Ich sage auch, die Zeit, diese 35 Minuten Heimfahrt, die sind immer mal ganz gut, da hat man immer Zeit, über was nachzudenken. Und der erste Frust nach dem Spiel verfliegt dann auch manchmal schon bis nach Hause spätestens, wenn die Kinder in der Tür stehen, ist er ganz weg. Aber da merkst du so diese, dieses Gefühl, was machst du eigentlich, wenn du nicht zum Spiel fährst? Was wäre eigentlich dein weiterer Lebenssinn außerhalb der Familie, wenn du nicht darauf hinarbeitest, samstags zu einem Fußballspiel zu fahren? Was wäre das für ein Gefühl? So, kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein wird. Wenn du nicht mehr weißt, samstags stehst du auf dem Platz und kämpfst um drei Punkte auf dem Weg zu einem höheren Ziel. Das macht mir manchmal ein bisschen nicht Angst, aber Sorge. Das treibt mich, glaube ich, auch irgendwo an, weil ich es einfach zu gerne mache, was ich mache. Also ich liebe es, in der Kabine zu sitzen, Fußball zu spielen, alles rauszuhauen, Siege zu feiern. Vor allem diese erkämpften Siege, diese knappen Dinger, wo du die letzten Viertelstunde vielleicht in Unterzahlen 1-0 verteidigst. Du hörst diesen erlösenden Pfiff vom Schiri, dass er abgefiffen hat. Das sind die allergeilsten Momente. Welche Adrenalinkicks kannst du dir holen, wenn nicht da? Dann später mal sowas willst du machen. Das heißt, die Michael-Stahl-Story auf dem Platz, die geht erst mal weiter. Wenn der Körper mit spielt, dann geht die hoffentlich noch eine ganze Zeit lang weiter. Ich glaube, dass der Körper mit